Hören Teil 1 Sie hören nun fünf kurze Texte. Sie hören jeden Text zweimal. Zu jedem Text lösen Sie zwei Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. Lesen Sie zuerst das Beispiel. Dazu haben Sie zehn Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Salut Marion, hier ist Felicia. Ich brauche dringend deine Hilfe. Gerade eben hatte ich einen Autounfall. Ich bin in Bux auf der Hauptstraße. Mir ist zum Glück nichts passiert und der andere Autofahrer ist auch nicht verletzt. Aber mein Auto ist jetzt kaputt. Könntest du vielleicht kommen und mir helfen? Ich weiß gar nicht, wie ich von hier in die Stadt kommen kann. Und es gibt auch keinen Bus. Bitte ruf mich an, sobald du die Nachricht hörst. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Salut Marion, hier ist Felicia. Ich brauche dringend deine Hilfe. Gerade eben hatte ich einen Autounfall. Ich bin in Bux auf der Hauptstraße. Mir ist zum Glück nichts passiert und der andere Autofahrer ist auch nicht verletzt. Aber mein Auto ist jetzt kaputt. Könntest du vielleicht kommen und mir helfen? Ich weiß gar nicht, wie ich von hier in die Stadt kommen kann. Und es gibt auch keinen Bus. Bitte ruf mich an, sobald du die Nachricht hörst. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 1 und 2. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag, Frau Hänsel. Hier ist Michael Wagner von der Zentrumsbuchhandlung. Sie hatten bei uns einen Reiseführer über Kenia bestellt. Ihr Buch ist jetzt da und Sie können es jederzeit bei uns abholen. Sie wissen ja, wir haben täglich, auch am Samstag von 10 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. Vielen Dank und auf Wiederhören. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 3 und 4. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage im Radio. Achtung, Achtung, eine Durchsage der Polizei. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Achtung, Achtung, eine Durchsage der Polizei. Familie Meiner aus Detmold unterwegs in Richtung Italien an den Gardasee mit einem blauen VW Charan soll sich bitte sofort bei Frau Marianne Meiner melden. Ich wiederhole. Familie Meiner aus Detmold, bitte melden Sie sich, so schnell es geht, bei Frau Marianne Meiner. Ende der Durchsage. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 5 und 6. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören den Wetterbericht im Radio. Hier noch der aktuelle Wetterbericht. Heute Nacht lässt im Süden Deutschlands der Regen nach und bis zum Morgen verschwinden auch die Wolken. Morgen scheint im ganzen Süden Deutschlands die Sonne und die Temperaturen steigen bis 28 Grad an. Auch im Westen bessert sich das Wetter, aber es bleibt bewölkt bei maximal 25 Grad. Im Norden und im Osten kann es zu Gewittern kommen, da eine Kaltfront auf das warme Sommerwetter trifft. Die Temperaturen liegen im Norden und Osten, morgen bei 30 Grad. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Hier noch der aktuelle Wetterbericht. Heute Nacht lässt im Süden Deutschlands der Regen nach und bis zum Morgen verschwinden auch die Wolken. Morgen scheint im ganzen Süden Deutschlands die Sonne und die Temperaturen steigen bis 28 Grad an. Auch im Westen bessert sich das Wetter, aber es bleibt bewölkt bei maximal 25 Grad. Im Norden und im Osten kann es zu Gewittern kommen, da eine Kaltfront auf das warme Sommerwetter trifft. Die Temperaturen liegen im Norden und Osten, morgen bei 30 Grad. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 7 und 8. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Durchsage auf dem Flughafen. Guten Tag verehrte Damen und Herren, im Namen der Lufthansa begrüße ich Sie recht herzlich zu Ihrem Flug LH 4670 nach Madrid. Wir rechnen damit, dass wir in 10 Minuten pünktlich mit dem Einsteigen beginnen können. Wenn Sie mit kleinen Kindern reisen, melden Sie sich bitte. Sie dürfen dann als Erste einsteigen. Beim Einsteigen beginnen wir mit den Fluggästen, die in den Reihen 20 bis 28 sitzen. Halten Sie zum Einsteigen Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Guten Tag verehrte Damen und Herren, im Namen der Lufthansa begrüße ich Sie recht herzlich zu Ihrem Flug LH 4670 nach Madrid. Wir rechnen damit, dass wir in 10 Minuten pünktlich mit dem Einsteigen beginnen können. Wenn Sie mit kleinen Kindern reisen, melden Sie sich bitte. Sie dürfen dann als Erste einsteigen. Beim Einsteigen beginnen wir mit den Fluggästen, die in den Reihen 20 bis 28 sitzen. Halten Sie zum Einsteigen Ihre Bordkarte und Ihren Ausweis bereit. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 9 und 10. Dazu haben Sie 10 Sekunden Zeit. Sie hören eine Nachricht auf dem Anrufbeantworter. Grüß Gott, Herr Herrmann, hier Bodo Stein. Ich wollte Sie nur informieren, dass wir am Mittwoch, den 18. Juli um 18 Uhr, eine Besitzerversammlung des Hauses haben. In der Versammlung sollen wir Wohnungsbesitzer darüber entscheiden, ob wir die Maler für unser Haus bestellen, um es streichen zu lassen. Das wird für jeden etwas kosten und deshalb müssen wir abstimmen. Es wäre gut, wenn Sie kommen könnten oder einen Vertreter bestimmen, der Ihre Meinung zu dem Thema auf der Versammlung vertritt. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Einen schönen Abend noch. Sie hören jetzt den Text noch einmal. Grüß Gott, Herr Herrmann, hier Bodo Stein. Ich wollte Sie nur informieren, dass wir am Mittwoch, den 18. Juli um 18 Uhr, eine Besitzerversammlung des Hauses haben. In der Versammlung sollen wir Wohnungsbesitzer darüber entscheiden, ob wir die Maler für unser Haus bestellen, um es streichen zu lassen. Das wird für jeden etwas kosten und deshalb müssen wir abstimmen. Es wäre gut, wenn Sie kommen könnten oder einen Vertreter bestimmen, der Ihre Meinung zu dem Thema auf der Versammlung vertritt. Wenn Sie Fragen haben, rufen Sie mich an. Einen schönen Abend noch. Ende von Hören Teil 1 Hören Teil 2 Sie hören nun einen Text. Sie hören den Text einmal. Dazu lösen Sie fünf Aufgaben. Wählen Sie bei jeder Aufgabe die richtige Lösung. A, B oder C. Lesen Sie jetzt die Aufgaben 11 bis 15. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Zeilen in Teile 11 bis 15. Zeilen Erwin. Zeilen Kind. Zilamsلmasch. Der valtge. Dave Körn Tolle Events Zitzen. Ich sage Wohl kleine Ehreben terminar hierの Buch. sweetief���funden ein Layer. Zil disguANCy. Besuch Con Kronenzi. Ich denke, gewann Sie mich, Freudaz 15. Avenaktislange Dist., sie nehmen an einer führung durch das goethe haus in weimar teil herzlich willkommen in weimar in goethes haus am frauenplan ich bin frau weikert und ich werde sie heute führen bevor wir durch die einzelnen räume und den garten gehen möchte ich ihnen noch einige allgemeine informationen zu diesem haus geben das haus am frauenplan wurde schon 1709 erbaut 40 jahre vor der geburt des dichters in frankfurt hier in seinem haus am frauenplan verbrachte goethe die meiste zeit seines lebens fast 50 jahre erst mietete er teile des gebäudes und im jahr 1794 wurde ihm das haus dann von herzog karl august geschenkt als hausbesitzer hatte goethe das gebäude dann nach seinen eigenen entwürfen umbauen lassen nach seinem tod genau seit 1886 ist dieses haus der öffentlichkeit zugänglich und als museum in betrieb nun zu unserer eigentlichen besichtigung in dem zur stadt hin ausgerichteten teil dieses hauses sind die repräsentativen wohn-, gesellschafts- und sammlungszimmer während das hinterhaus mit dem arbeitsbereich an den großen garten grenzt vorder und hinterhaus sind durch zwei übergänge im obergeschoss verbunden goethe lebte hier nicht nur mit seiner familie sondern mit mehreren bediensteten und zeitweise auch mit hausgenossen wir werden unter anderem die wohnräume goethes und seiner frau christiane das arbeitszimmer und die bibliothek des dichters die empfangs- und kunstsammlungsräume sowie den hausgarten sehen zu bemerken ist dass goethe als dichter staatsmann und naturforscher eine für damalige zeiten große büchersammlung hatte die bibliothek goethes bestand aus circa 7000 bänden immer wieder sind unsere besucher überrascht dass goethe sein heim so schlicht eingerichtet hatte sie werden es gleich auch selbst sehen können wenn wir unseren rundgang beginnen goethe hat seine einrichtung ganz bewusst so gehalten denn er sagte selbst dass er in der umgebung von bequemen und geschmackvollen möbeln nicht mehr so gut denken könne da das gegen seine natur gehe um kreativ sein zu können musste sein zimmer möglichst einfach sein und durfte nicht zum ausruhen einladen statt eines sofas zum beispiel gibt es in seinem zimmer einen hölzernen stuhl zum sitzen und dort schrieb er weltberühmte werke wie wilhelm meisters wanderjahre die wahlverwandtschaften und den faust aber nun gehen wir erst mal gemeinsam in dieses zimmer ende von hören teil zwei hören teil drei sie hören nun ein gespräch sie hören das gespräch einmal dazu lösen sie sieben aufgaben wählen sie sind die aussagen richtig oder falsch lesen sie jetzt die aufgaben 16 bis 22 dazu haben sie 60 sekunden zeit gehen sie fahren aufgaben vorangehen okay ein Sie warten an einer Bushaltestelle und hören, wie sich zwei Frauen über ein Stadtfest unterhalten. Servus Maria! Bist du auch mal wieder hier? Wie geht's? Salut Susi! Ja, mal wieder zu Besuch bei meinem Bruder. Aber dieses Jahr zu spät für euer Stadtfest. Wie war's denn dieses Jahr? Ehrlich gesagt fand ich es viel besser, als ich erwartet hatte. Ich dachte, da sei nur eine Musikkapelle und ein großer Biergarten. Aber es gab ja so viel mehr! Erzähl mal! Die ganze Innenstadt war eine Fußgängerzone. Überall war mit Blumen und Lampen geschmückt. Das Stadtfest war ja auch wegen der Städtepartnerschaft mit der italienischen Stadt Genua. Deshalb hingen überall auch italienische Flaggen. Ah, das war letztes Jahr auch so. Ist doch eine gute Idee, auch die Städtepartnerschaft zu feiern. Ja, und deshalb gab es auch mehrere Stände mit italienischen Spezialitäten. Also Antibasti, Lasagne, Pizza und natürlich auch Eis. Das hat so gut geschmeckt und war viel billiger als sonst in den Geschäften. Schade, dass ich das verpasst habe. Auf zwei Bühnen wurde Musik gespielt und man konnte tanzen. Bei der Popmusik tanzten fast nur junge Leute. Du weißt ja, wie sich all die Jugendlichen für flotte Musik begeistern. Auf dem zweiten Platz wurde richtige Tanzmusik gespielt. Also Walzer, Foxtrot und so etwas. Da hatte die Tanzschule Fred Astaire auch einen Lehrer hingeschickt, der jedem die Schritte zeigte. Das war eine gute Idee. Aber mir war es zu anstrengend mitzumachen. Du Susi, gab es denn auch ein Karussell oder andere typische Jahrmarktattraktionen? Das hat mir letztes Jahr so gut gefallen. Auf dem großen Parkplatz hatten sie ein Karussell, einen Autoscooter und mehrere Buden mit Dosenwerfern, Zielschießen und so etwas. Dort gingen vorwiegend die Familien mit kleinen Kindern hin. Wir waren ja ohne die Kinder unterwegs und haben dann alles gemacht, was uns Erwachsenen Spaß macht. Hast du denn auch etwas Schönes gekauft? Na klar. Es gab dort Leute, die Kleinkunst verkauften. Ich habe ganz hübsche Keramikbecher für Kaffee oder Tee gekauft. Martin hat sich auch etwas gekauft, nämlich ein Buch. Da hat er doch tatsächlich eins über die Kirchenarchitektur Norditaliens gefunden. Das interessiert ihn ja. Nun studiert er all die Kirchen und überlegt schon, wo wir im nächsten Sommer hinfahren, um wieder etwas Neues zu sehen. Ach so. Nun mal eine andere Frage. Wie lange ging denn das Stadtfest? Wir waren bis um zehn Uhr dort. Aber da wurde immer noch getanzt und gefeiert. Ich glaube, es ging, solange es Musik und Essen gab. Vielleicht bis um zwölf Uhr oder sogar bis um eins. Das ist ja richtig lange. Nächstes Jahr komme ich früher und sage dir Bescheid. Dann gehen wir zusammen hin. Ende von Hören Teil 3 Hören Teil 4 Sie hören nun eine Diskussion. Sie hören die Diskussion zweimal. Dazu lösen Sie acht Aufgaben. Ordnen Sie die Aussagen zu. Wer sagt was? Lesen Sie jetzt die Aussagen 23 bis 30. Dazu haben Sie 60 Sekunden Zeit. Und dann gehen wir ultimately. Zum Drag 5 Schöne Sie machen Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Haben Sie denn noch nie zu viel gekauft oder durch Ihre Bestellung Schulden gemacht? Nein, ich habe immer einen guten Überblick über meine Finanzen. Allerdings ist das meiner Kollegin mal passiert. Die hat dann einfach manche Einkäufe wieder zurückgeschickt und gesagt, dass ihr die Ware nicht gefällt. Aha. Herr Schulz, wie sieht es bei Ihnen aus? Kaufen Sie im Internet ein? Ich mache das noch nicht lange, denn ich möchte nicht, dass mich jemand betrügt. Und ich meine, das ist im Internet eher möglich als in normalen Geschäften. Aber seit zwei Jahren kaufe ich ab und zu Bücher online, denn unser Buchgeschäft hier in der Nachbarschaft hat leider zugemacht. Nun müsste ich immer in die Stadt fahren, um Bücher zu kaufen. Online spare ich Zeit. Ich verstehe. Ich kaufe auch gern Bücher im Internet. Aber inzwischen mache ich auch meine Bestellungen beim Supermarkt immer so. Das finde ich sehr gut, denn ich kaufe wirklich nur die Dinge, die ich brauche. Nichts anderes. Denn ich laufe ja nicht mehr im Supermarkt herum. Das kann ich nicht verstehen. Man kann ja nicht prüfen, ob das Obst oder der Salat auch frisch ist, wenn man ihn online bestellt. Da können Sie ja nichts mehr selbst aussuchen. Das würde ich nicht machen. Ich habe aber nur gute Erfahrungen gemacht. Aber kommen wir auf unser Thema zurück. Herr Schulz, haben Sie denn schon mal richtig Schulden durch Online-Einkäufe gemacht? Ja, am Anfang. Bei meinen ersten Bestellungen habe ich irgendwie den Überblick verloren. Aber jetzt habe ich ein gutes System. Ich habe einen Notizzettel neben meinem PC zu Hause und da steht drauf, wie viel Geld ich diesen Monat für Einkäufe übrig habe. Sobald ich etwas kaufe, wird die Summe abgezogen. Diesen Notizzettel kann ich jedem empfehlen. Das hilft wirklich. Oh, da müssen Sie aber sehr gewissenhaft sein. Kann sein. Außerdem denke ich, dass man Schulden überall machen kann. Auch im Kaufhaus oder im Einkaufszentrum. Menschen, die dort keinen Überblick über ihr Geld haben, haben das auch nicht im Internet. Ich sehe da keinen Unterschied. Eine große Rolle spielt bei Schulden die Kreditkarte und das Ratensystem. Da stimme ich zu. Die Kreditkarte gibt einfach jedem die Möglichkeit, mehr zu kaufen, als er eigentlich bezahlen kann. Beim Bargeld ist irgendwann nichts mehr da und dann gibt man auch nichts mehr aus. Vielleicht müssten alle, die leicht Schulden machen, ihre Kreditkarte zurückgeben und nur noch bar zahlen. Das ist eine gute Idee. Aber ohne Kreditkarte wird das Online-Shopping komplizierter. Da braucht man dann eine vorbezahlte Karte, diese Prepaid-Card oder ein anderes Zahlsystem. Richtig. Man kann dann aber keine Schulden mehr machen und das ist ja das Wichtige. Sehen Sie beide nicht auch eine Gefahr, dass man im Internet viel mehr Produkte findet und dann einfach mehr kaufen will, als in einem klassischen Geschäft? Da findet man die verschiedenen Dinge ja auch nur, wenn man von einem Laden zum nächsten geht, nicht alles durch einen Klick. Das stimmt. Aber ich glaube, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Wer nicht mit Geld umgehen kann, kann das weder im Internet noch in Wirklichkeit. Das finde ich nicht. Wenn ich zum Beispiel im Internet surfe, dann gibt es immer wieder Werbung, die mich auf einmal daran erinnert, dass ich etwas kaufen sollte. Die Versuchung ist viel größer. Oder denken Sie mal an die verschiedenen Online-Anbieter. Wenn ich da was suche, kommen gleich immer andere Produkte auf den Bildschirm, die ich nicht sehen wollte. Das passiert doch auch beim Einkaufen. Da sieht man schließlich alles, was ein Geschäft verkaufen will. Nicht nur eine Sache, nach der man sucht. Denken Sie doch nur mal an die Kassen. Während man an der Kasse darauf wartet, zu bezahlen, sieht man all die kleinen Sachen und Süßigkeiten, die da stehen. Und natürlich hoffen die Verkaufsexperten, dass man beim Warten auch noch andere Dinge kauft, die man vielleicht gar nicht braucht. Diesen Trick kenne ich auch. So, leider ist unsere Sendezeit schon um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Meier und Herrn Schulz, dass Sie hier im Studio waren und wünsche allen noch einen schönen Abend. Hören Sie nun den Text noch einmal. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich begrüße Sie zu unserem aktuellen Thema. Heute diskutieren wir über das Thema Schulden durch das Einkaufen in eShops. Im Studio bei uns zu Gast sind Frau Lottemeier und Herr Sven Schulz. Schönen guten Abend. Guten Abend. Hallo. Bis jetzt dachte ich immer, dass Online-Shopping eigentlich sehr praktisch und schön ist, besonders für Berufstätige. Aber nun hört man immer häufiger, dass diese Möglichkeit, am Bildschirm einzukaufen, die Menschen dazu bringt, zu viel zu kaufen und sich zu verschulden. Frau Meier, kaufen Sie denn online ein? Oh ja, ich bin sowieso oft im Internet und natürlich kaufe ich da auch ein. Viele Produkte sind ja viel billiger, weil eShops keine Räume mieten und Verkäufe bezahlen müssen. Man findet da richtige Schnäppchen. Haben Sie denn noch nie zu viel gekauft oder durch Ihre Bestellungen Schulden gemacht? Nein, ich habe immer einen guten Überblick über meine Finanzen. Allerdings ist das meiner Kollegin mal passiert. Die hat dann einfach manche Einkäufe wieder zurückgeschickt und gesagt, dass ihr die Ware nicht gefällt. Aha. Herr Schulz, wie sieht es bei Ihnen aus? Kaufen Sie im Internet ein? Ich mache das noch nicht lange, denn ich möchte nicht, dass mich jemand betrügt. Und ich meine, das ist im Internet eher möglich als in normalen Geschäften. Aber seit zwei Jahren kaufe ich ab und zu Bücher online, denn unser Buchgeschäft hier in der Nachbarschaft hat leider zugemacht. Nun müsste ich immer in die Stadt fahren, um Bücher zu kaufen. Online spare ich Zeit. Ich verstehe. Ich kaufe auch gern Bücher im Internet, aber inzwischen mache ich auch meine Bestellungen beim Supermarkt immer so. Das finde ich sehr gut, denn ich kaufe wirklich nur die Dinge, die ich brauche. Nichts anderes. Denn ich laufe ja nicht mehr im Supermarkt herum. Das kann ich nicht verstehen. Man kann ja nicht prüfen, ob das Obst oder der Salat auch frisch ist, wenn man ihn online bestellt. Da können Sie ja nichts mehr selbst aussuchen. Das würde ich nicht machen. Ich habe aber nur gute Erfahrungen gemacht. Aber kommen wir auf unser Thema zurück. Herr Schulz, haben Sie denn schon mal richtig Schulden durch Online-Einkäufe gemacht? Ja, am Anfang. Bei meinen ersten Bestellungen habe ich irgendwie den Überblick verloren. Aber jetzt habe ich ein gutes System. Ich habe einen Notizzettel neben meinem PC zu Hause und da steht drauf, wie viel Geld ich diesen Monat für Einkäufe übrig habe. Sobald ich etwas kaufe, wird die Summe abgezogen. Diesen Notizzettel kann ich jedem empfehlen. Das hilft wirklich. Oh, da müssen Sie aber sehr gewissenhaft sein. Kann sein. Außerdem denke ich, dass man Schulden überall machen kann. Auch im Kaufhaus oder im Einkaufszentrum. Menschen, die dort keinen Überblick über ihr Geld haben, haben das auch nicht im Internet. Ich sehe da keinen Unterschied. Eine große Rolle spielt bei Schulden die Kreditkarte und das Ratensystem. Da stimme ich zu. Die Kreditkarte gibt einfach jedem die Möglichkeit, mehr zu kaufen, als er eigentlich bezahlen kann. Beim Bargeld ist irgendwann nichts mehr da und dann gibt man auch nichts mehr aus. Vielleicht müssten alle, die leicht Schulden machen, ihre Kreditkarte zurückgeben und nur noch bar zahlen. Das ist eine gute Idee. Aber ohne Kreditkarte wird das Online-Shopping komplizierter. Da braucht man dann eine vorbezahlte Karte, diese Prepaid-Card oder ein anderes Zahlsystem. Richtig. Man kann dann aber keine Schulden mehr machen und das ist ja das Wichtige. Sehen Sie beide nicht auch eine Gefahr, dass man im Internet viel mehr Produkte findet und dann einfach mehr kaufen will als in einem klassischen Geschäft? Da findet man die verschiedenen Dinge ja auch nur, wenn man von einem Laden zum nächsten geht, nicht alles durch einen Klick. Das stimmt. Aber ich glaube, dass es da keinen großen Unterschied gibt. Wer nicht mit Geld umgehen kann, kann das weder im Internet noch in Wirklichkeit. Das finde ich nicht. Wenn ich zum Beispiel im Internet surfe, dann gibt es immer wieder Werbung, die mich auf einmal daran erinnert, dass ich etwas kaufen sollte. Die Versuchung ist viel größer. Oder denken Sie mal an die verschiedenen Online-Anbieter. Wenn ich da was suche, kommen gleich immer andere Produkte auf den Bildschirm, die ich nicht sehen wollte. Das passiert doch auch beim Einkaufen. Da sieht man schließlich alles, was ein Geschäft verkaufen will, nicht nur eine Sache, nach der man sucht. Denken Sie doch nur mal an die Kassen. Während man an der Kasse darauf wartet zu bezahlen, sieht man all die kleinen Sachen und Süßigkeiten, die da stehen und natürlich hoffen die Verkaufsexperten, dass man beim Warten auch noch andere Dinge kauft, die man vielleicht gar nicht braucht. Diesen Trick kenne ich auch. So, leider ist unsere Sendezeit schon um. Ich bedanke mich ganz herzlich bei Frau Meier und Herrn Schulz, dass Sie hier im Studio waren und wünsche allen noch einen schönen Abend. Ende von Hören Teil 4 von Hören Teil 4 von Hören Teil 4 Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.